So, wir sind draußen aus der Fähre. Da sieht man die nochmal. Mit der Grund. Ja, und jetzt suchen wir unseren Platz. Fahren erstmal raus, stehen auch in der Schlange hier. Und dann freue ich mich schon die Drohne fliegen zu lassen. Geile Landschaftsfotos zu machen. Und erstmal einen coolen Platz zu finden. Oh, wir sehen hier gerade. Höchstgeschwindigkeit 100. Ja. Aber dann kann man bessere Fotos, glaube ich, zu machen. Ja, ich denke schon, warum Deutsch? Der ist ja auch sekel. Ja. Ja. So, jetzt kann man sagen, man fühlt sich in Norwegen angekommen. Ich fackel hier nicht lange. Und zeig das einfach mal. Guckt euch das an. Ja, man ist einfach da. Ja, und ich würde jetzt sagen, ab jetzt kann der Trip so richtig losgehen. Das war ja alles eher so Formalität bis hierhin. Also Fähre, zur Fähre fahren, über die Grenze nach Dänemark, durch Dänemark fahren. Und jetzt geht der Trip richtig los. Und ja, haben hier einen richtig schönen Startpunkt gefunden. Richtig schön hier am Wasser. Und es ist einfach auch so ruhig. Es ist so verdammt ruhig. Hier sind schon die Schmetterlinge. Es ist einfach wirklich so, wie man sich das vorstellt. Man kann das doch gar nicht einfangen, was für ein Feeling das hier ist. Es ist einfach mega schön. Hier. Mit den Bergen und alles. Es ist einfach einfach nur der Hammer. Einfach nur der Hammer. Da hinten ist auch schon so ein kleines Haus. Dass man einfach schön fotografieren kann. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Ron, bist du auch glücklich? Das soll man bei so einem Blick nicht glücklich werden. So.